und warum mein name ist an die rollte und ich begrüße euch zurück zu black king mal sogar das speicher ding hier passt sich uns an sehr gut wir sind in monstrophole ist mit ja er ist bei sali und wo und wir machen mal ein foto von ihr damals verdammt wir haben uns gar nicht unsere beiden zyklop mir ok ok hätte besser sein können aber was sonst so aber wir müssen hier aufspringen wollte ich dann da schon ja damit treibt hier wird die mit einschlag hier fertig machen mit unseren magie schüssen wenn sie einfach unter dieser türe bleiben hat sie irgendwie sicher aus aber bei ihr ich will mich gar nicht ich will ja diese erfahrungspunkte und so haben alter ja so habe ich mir gedacht das ist voll wie jeden travers hier im riemdorf distance dann hast du auch so schienen ja wo man ganz anrutscht konnte diesen post die postgebiet hier weil ich post office ich bin ja kurzer vorzurecken mein gott und ihr seid ihr gut ich habe jetzt feuer macht er jetzt dann kann ich ja bestimmt folger jetzt einsetzen wenn ich damit auch genug treffe ich bin immer so die hälfte meiner hp das ist so geil ich habe mich auf das den post kämpfen ja das bringt kombo wo es auch geil ich bin ja noch mal hingegangen noch kombo booster verstärkt kombos kombo abschluss angriffe und kommen sie länger die kommen dass sie höher der schaden die welt kann aufgestattet werden ja erst wenn ich mehr kombo plus drin ab würde ich mehr schaden machen aber ich will meine kombos eher kurz halten ich weiß nicht genau wieso aber ich habe die lieber mal kurz anstatt irgendwie so eine 56 lange kombo war schon immer so und so wird es auch bleiben also muss ich sagen obwohl ich gar nicht bin voll ab hier aber der hat mike zu kloppen heilen sich gegenseitig da sind wir rausgekommen ja wir können sachen auch klettern wieder ich bin auch neuer zweiter form ok stern schild plus ich habe gerade wenn ich auch ein abend ich habe mir gerade neu geholt blitz zog ja wofür ja was sagt aus natürlich was daraus hat sieht aus bevor so ein trauriger auto ich hasse meinen weg ja ja ich mache mal alles kaputt ja man kann ja nicht unendlich machen ein bisschen schade finden aber vielleicht irgendwann mal danke wird eine tür hat uns noch zum anfang zurückgebracht hat mich raten er folgt uns ja also die ganze zeit daran nähe hat sie tatsächlich merkt jetzt kommen wir in normale welt ne also im bus zimmer heißt sie echt bruch also jetzt offensichtlich nicht wirklich so aber so wird ja zum film können ja warte 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 Was wichtig ist, dass es das letzte Mal, die Sie, die Verlusten, immer wieder nehmen wird. Randall? Wer ist er? Ein Verlust, den wir verabschieden, für versuchen, zu holen Schriemen. Er war der Boos-Scarer. Warum? Wie hast du sogar zurückgebracht? Die Tür, die wir durchgebracht haben, ist schweig. Ja, und ich habe fast verabschiedelt. in a somebody's wallet lucky for me real nice guy came along and fix the door so here i was nach dem film and starting today i'm numero uno top of the leaderboard baby you a top laugh collector in your dreams randall my laugh totals are off the charts who said anything about collecting laughs i'm after negative emotions and my new friends have kindly invaded the factory to get them for me negative emotions yeah organization 13 must be helping them laughter is just not sustainable once junior chorts his last chortle you've got to start over but negative energy especially sadness give them something that really breaks their little hearts and they'll stay sad forever we'll never have to worry about energy again we're not gonna let you hurt anyone like that huh not you or your little unversed helpers just try and stop me you'll see soon enough i am gonna be a legend around this place now consider your careers officially over what and that goes for the rest of you too hey where'd he go we're in control of this factory now and i suggested a few improvements some real okay the factory ja donald höstens wenn wir aufhören solche sachen zu sagen ich meine auch wenn ich irgendwie das spiel lade oder sondern sagt mir mal kofi oder donalds hier und wir als nächstes machen müssen aber ihr müsst nicht unbedingt sagen nach einer cut 10 oder so ich war ich war dabei also und das ist vor fünf luke passiert also ich möchte nicht unbedingt hier erwähnen ja 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 da wir können irgendwie diese weisen form also wir können irgendwie nicht weiter ich wollte eigentlich den halten und er ist gerade natürlich nicht da gewesen wie zum beispiel die helftscherief dafür die kann sich ja erst mal hier zu sohn hammer verwandeln und dann zu unserem bohrer diese pistolen und ich kann den kreis gelaufen oder ja diese diese waffe die sich in zwei pistolen verwandelt und sie auch einmal eine pistole und dann so raketenwerfer verwandeln da wird scheint bei dieser waffe nicht der fall zu sein wir tun als die neuen stadt verwandeln wenn man dann vier dinge dafür bekommen dann wird er eben erweitert das muss wie gelassen ist wie du einfach nur vorbeigeflogen ist ohne ein geräusch als wäre ich gestorben gerade ich brauche noch nicht so klein bin ich mache einfach da kommen also nicht so voll locker durchgekommen ohne aua gott macht sogar halbwegs schaden ich weiß nicht warum ich die ganze zeit zum königsanlänger wechsel ich denke nur immer wenn der cutscene kommt dann wird hier mit dem königsanlänger umlaufen also mit so einem komischen dingen um die kanz dienst irgendwie stärker zu machen sage ich mal die bisschen besser auch wenn wir mit unseren originalen schwerter umlaufen ich schaue ich habe es darum ist um es ist diese welt ist nicht so weitläufig wie königreich von corona oder der olymp also da ist schon mal sehr gut teils muss ja nicht jeden einzelnen winkel also abtasten wir haben irgendwann zu finden wenn ich lieber in irgendeinem sohn geschlossenen raum oder so also da ist ein bisschen auszeichnen hallo ich schaue mich um ich habe bestimmt schon wieder einige verpasst also zwei hatte ich gefunden eine menschen auch welcher jetzt habe ich noch eins gefunden also ich hoffe jetzt keins muss ich halt eben aufs green suchen ist ja wie hat hier abläuft langsam ne ja drei vier leute die sich das projekt angucken hier haben wir mal das haben wir noch gar nicht gemacht dann dalle ralph okay dreck nein da wollte ich nicht erst mal gucken wir jetzt hier funktioniert okay tassen aktiviert damit ralph versuchen mal recht noch mache und man so viel dinge ich dachte ich kann so zwischen den herbergs deswegen habe ich 1 gedrückt so im sinne von die ich kann da irgendwie so da bewegen und guckt man sich da auswählen kann aber allein tut man ja hier die ding abbrechen die die fähigkeiten und so beschwörungen also ja das war vielleicht nicht so gut also ja so mal gleich noch mal oder ein gofi oder ein gofi warst du eins gesehen gofi wollen gofi gofi das war die melodie von sparton kommt schon ich wollte gerade zeugs kaufen und so wir haben gar keine nase habe ich gerade gesehen lachen lachen bingo ich bin okay irgendwas sehr seltsam jetzt so aus an die sehen so aus diesem foto von den beiden machen doch ich hätte mal von rapunzel ein foto machen sollen hat sie noch lange hat er gar nicht so ein ganz kleines bisschen schirmröschchen abwehr plus cool so königsanhänger hochlevel haben wir auch eine fähigkeit damit so ich tue jetzt einfach von allen jahr irgendwann schmieden weil ich nicht weiß ob ich schon was davon gespielt habe ich muss bestimmt irgendwann mal alles davon schmieden also ja mach mal einfach mal ja da war alles hier mal machen vk irgendwann einmal hier mein geld achten und so nur seien sachen hier sagen ich kann ja ein paar sachen auch kaufen also ihr kristall und also was tropfen später und bei sich was so viele sachen die man kaufen kann ja was habe ich hier da kommen wir mal glücksembleme da habe ich wie da wechseln meine augen und zu offen halten guckt sich da da an da muss ich immer von hier aus bis zum mogel shop wechseln hat finde ich ein bisschen doof wenn sie ruhig hier so machen können hat man nicht wie weiß ich nicht im in der schmiede irgendwie wechseln nachgucken kann man schon hat und so ja es gab nach oben aber gesagt vor ins platon der dd jetzt sehen sie so aus wenn sie aus irgendeine platonschlacht da 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 von denen ich auch ein foto machen noch mal ein foto von dem wasserkern ich würde die offenen losgehen so erfolger gut gezielt da hinten hat getroffen nicht oder gelb werde da gut gemacht ist ich habe gerade gemerkt gesichter unten rechts ändern sich wenn wir im kampf sind da habe ich mir hat nur eingebildet er kommt mal her jetzt verpasst wird dann hätte man die klappe halten ich soll jetzt betäubt wenn wir den geworfen haben ich wollte schon sagen ist er schon wieder tot genau ist nichts mehr da sind wir hier auf anderen seite naja hat sich übel aus müssen wir dadurch ich glaube wir müssen dadurch nicht und jetzt sieht man so richtig aus und das sieht auch richtig aus ich weiß es nicht nehmen wir mal hier durch sehr komisch hat klaus ab ich muss kaputt machen das ist eine große truhe wie man golf spielt ok weil wir auch mal wieder spielen irgendwann erst mal wie ich die welt herr entledigen irgendwann wollte ich noch machen ich habe schon wieder vergessen ja ich habe allerdings bekommen ich habe eine mission also abwehr plus glücksemblem da muss doch irgendwann ist bestimmt ja meister als kette wo ist es diese ganze altkette verleitet der rein von staatsverwässerung mp hast hmm vielleicht mal anders ausrüsten außerhalb aber wir sind noch nicht so ja noch nicht so viele probleme habe ich sorge für doch wir tun echt wenig dinger lernen ich habe wir können den bekämpfen dann bin ich darunter ich habe keine wahl ja ich habe keine volle ap gott so man hat hier maximum zauberstab erstmal gucken wir das ohne links macht nicht in den zaun rein da jetzt war doch mal nochmal da kann so ein dinger da ich nur wissen was hat macht nicht mehr verstehe ich irgendwie nicht so ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen direkt mal ausrüsten was jetzt genug dinger cool schon wieder alle voll habe ich gerade gesehen ich glaube es gibt im ort aber geben wir mal ein feurer reif ein folger reif meine ich und ein blitzrasch spange da sagen wir die ja wir haben gar nichts anderes was so war ja die ganzen sachen hat die geilen sachen warum auch nicht nehmen wir nicht kaputt geht dann ist game over kaputt geht dann eigentlich euch wieder hoch oder hier kommt noch ein paar eine minute irgendwie wieder aber nicht kaputt geht dann haben wir ein problem also oh gott wir sind alle fast tot oh gott ist gar nichts geilt aber schon wieder so ein ding so hat ein echt komisches gesicht dieser form fragt mir noch nicht so schnell man ich kann eigentlich hier drunter bleiben die ganze zeit auch gott gott sterben ja nicht mal sehr stark an überrufe geiler als mich toll donald aber einfach nur so donald so wie auch immer man dieses geräusch macht ja ja oh gott weit weit also ich verstehe hätte erschießen sollen dann hätte man sich da irgendwie hingekriegt schnell wasser aber nicht schon mal hier so erstmal dinge ausmachen immer noch eine kombi danach ja gar nicht kaputt nein wir haben mir sachen in dem weg stelle ich nicht kaputt machen kann ok once we get through here we're clear yep this is the central control unit for the whole factory now what do you say we get out of here nein ich habe noch keine ahnung vom computer an weg oder wir waren nach als wir da angefasst haben so just break it oh that's brilliant oh think i've got a better idea if we can just sort it out the lock will disengage and lucky for us boo is a walking energy generator that might work you're our mvp boo ha 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 nein ich meine mal aber mal müssen wir wieder zum lachen bringen da kommt man ja hautsch warum ist auch sicher ich habe gar nichts oder ein halben balken oder bin ich mein einfach eingefroren machen wir es bei den dicken erfällig donald meteor wieso ist manchmal raketen tanzen manchmal meter oder verstehe man nicht man auch schon mal irgendwie bei einfließen was hat zufällig ich habe noch geblockt das dat wir haben ja wir müssen ja zu machen bringen ha donald so kann man allerdings ja bombe wenn sie gerade nicht zum lachen bringen weil wir auch nicht jeweils wenn man war ja die leute einfach im becker wenn es darum geht viele leute auf einmal wegzauern dann ist die wache glaube ich die beste über aktiert auch piraten schiff kann einsetzen ich glaube ich habe sie jetzt noch größer aus mehr geblieben sagte er als das ding ist noch nicht mal bewegt jetzt erst mal piraten schiff ja man muss einem rhythmus drücken aber anscheinend nicht ja 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 gleichermaßen gleichermaßen war irgendwie so eine dramatische pause da will ich mir noch ein illusion starb aktiviert und feuer und feuer das ist vertrieben ja ich muss sie jetzt holen das war keine animation einfach nur mein stab aus der helden dollar meteor wie scheint sie das jetzt auf das zu aktivieren irgendwie von der waffe wenn vielleicht sein oh gott da habe ich bei der getrute was zum teufel noch mal ein kollege ich glaube ich werde ich aber getroffen ja habe ich mal kurz dagegen habt da sind wir noch gegner irgendwo einer und jetzt kombo meister alles eine gute fähigkeit kann ich angreifen obwohl ich die gegner nicht treffen also kombos machen das ist es ist wir brauchen ein größer burst lachter würdest du gerne machen die honne ich würde ich würde ha 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 ta da 40 love game und set nicht ich wollte ich habe das ً das was ist es wof 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 ja es kostet so big the joke is you can't lose the contact the size of a dinner plate i am once i'm warmed up so do the bunny base special what you insist when kingdom at 1 hat klingel marx 30 mehr oder weniger klingel damals 1 gerade lustig gemacht diese verblühte fratze gemacht hat also gut getroffen hat ich dachte er meint er ist die person die ihm geholfen hat so gut so gut so gut so gut hey das so nicht dass er uns mehr Probleme die 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 Ich habe mich auf der Beobachtung gelegt. Du bist richtig. Die Beobachtung muss irgendwo in der Vault sein. Wenn wir nachher und nach der Power Station gehen, können wir in der Beobachtung der Vault sein. Segen wir uns. Okay. Schwager ist das vorher. Okay, das ist spürbar. Lach Plakette. Also, Pakete habe ich gelesen. Na gut. Da haben wir schon mal gesehen. Organisation ist hier. Kombo Meister. Da kommt es vor. Selbst wenn ein Angriff den Gegner fehlt. Lach Plakette. Motrin genau. Den habe ich auch. Vita Converter. Wie kommt man jetzt? Die situations kann man leistet. Je nach aufgewandten mp auf. Der kann aufgestapft werden. Du kriegst den Mutring. Angriff erhöhen. Lach Plakette. lassen wir so er hat diese ganzen kohlen sachen also lassen wir eine neue fähigkeit immer noch ich aber sitzen wir aus rechten so viele dinger ihr spieler verpasst habe gibt es einfach nicht aber hier habe ich anscheinend gut sachen gefunden da ich nehme man da war nichts mehr also gehe ich jetzt da nicht noch mal nachgucken ich glaube wir sind ja doch der fall ist ich habe gesehen feuerwehr rösschen sagt mich er finde man schutz so jetzt mir aus nicht so gut nix okay kann ich so damals kaufen oder irgendwie so florie kann ich kaufen was sagt man hat doch einer ob hier die ganze mit den schwachen schlüssel schlösschen euro k auch da mast und adamant kann ich bestimmt noch nicht wollen aber gut zu wissen dass wenigstens sie die dinger kaufen könnte wie weit sind wir in dieser welt je nachdem okay müssen wir im nächsten part hier ja machen wir aber nicht jetzt machen wir noch ein bisschen mehr kunden und dann noch mal weiter wie ich sagen im nächsten part okay ich kann einfach mal so gleiten ich bin auch kurz vor dem lab perfekt attraktions zeit plus das gibt es nicht ich bin auch nicht ich bin auch nicht viel fp ich habe ne ja 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 Warum spüren wir ja noch weiter? Feuer! Ich habe langsam haben wir es verstanden, wir müssen zu ihrer Tür. Ich weiß nicht, aber jetzt müssen wir es weiter gehen. Ich weiß nicht, aber jetzt müssen wir es weiter gehen. Ich weiß nicht, dass wir es weiter gehen. Das war der Kampf. Ja, sah schon so aus. Vielleicht auch nicht. Ich tue einfach noch mehr Feuer hier entfachen. Ja, ich habe keine. Oh Gott. Okay, komm, naja. Ich bin echt einer meiner Lieblingswochen meiner neuen. Oh Gott, diese Viecher, die machen mich fertig. Ja, das solche Yeejëgar, das ist eine der Brockmann K грw. Ja. Mach das, die drecklich bitte alle. Ja. Ja, schon wie der K. O. Ich glaube ich bin ein bisschen unter levelt oder will ich meine R Cen? hier muss ich nicht von die augen foto machen weil man sich das feuer ausmachen ich glaube ja ja sieht fast so aus das ist auch ziel verdammt jemand muss ich machen ich mache es aus mit eis statt irgendwie wasser oder so oder auch nicht da kann schon passen ich krieg was feuer mit wasser was gott was ich dachte ich irgendwie heraus aber okay die älter schuss api so bei euch ja auch nicht schlecht jetzt hören hier okay jetzt machen wir hier ich wollte schon sagen da war jetzt nicht eine miesen schluss und in der mensch ich war vorher vorher ausmachen wenn ihr mich lieb fragt die weg von mir schon als voll von euch büchern der man auch so viel schaden schweiß Höööööööööööööööööööööööööreik War sehr gut. Oh gut. Ich war getroffen. Seid ihr alle? Ist egal, jetzt kommt er zu mir. das hat steht ja mal ich überhaupt erledigen ja noch was trotzdem schon der blabst das hat aber er ist weg ich nehme an wir haben ja alles machen wir den wieder mich aber der arme lappen der name schwein das war mit schuhe ok und dann komme ich hier weiter und dann habe ich mich daran erinnern ich kann ja wende hochlaufen sowie neo und laufen anderer leute wie wir jetzt nicht einfach eine truhe die dinger die um die herum fliegen also nicht irgendwie wirklich daran gewöhnen da machst du da brauche ich will gewahrt meine waffen kühl dich mal ein bisschen ab wasser blister hat naja irgendwas habe ich mir so viele sachen gepostet ich gebe sachen runter irgendwo runter zu springen v h sind nein wird irgendwie dahin gesteuert zum glück habe ich angegriffen weil so oder so so darunter donnern aber trotzdem mit kist zirkus und jetzt ein speicherpunkt da würde ich sagen hier ist ein perfekter ort um einen schnitt zu machen ja wie wir sagen dankeschön fürs zusagen hinterlassen like ein abo ein kommentar als wäre sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder